Wir sind hier oberhalb von Kut, unterhalb von Brandenbrüche und wir sind an den Wanderwegen hier am Instanz stellen. Für uns ist es sehr toll, dass wir hier im Team einen Beitrag leisten können für eine lässige Wanderung in diesem herrlichen Gebiet. Als Bündnerin bin ich sehr viel in den Bergen unterwegs und darum liegt es mir besonders am Herzen, dass wir heute einen Beitrag leisten können für saubere Wanderwege. Es macht Freude, dass wir uns heute körperlich betätigen dürfen. Es ist ein toller Ausgleich zu unserer sonstigen Arbeit und ich hoffe natürlich, dass wir die Daten, die wir heute vollbringen, in den nächsten Tagen auch noch in den Muskeln werden gespüren. Bis zum nächsten Mal.